Tödlicher Verkehrsunfall auf der A5 bei Mörfelden-Waldorf Am Samstagabend 16.04.2022, gegen 18.25 Uhr, ereignete sich auf der A5 zwischen den Anschlussstellen Zeppelinheim und Langen-Mörfelden, Fahrtrichtung Basel, ein schwerer Verkehrsunfall. Ein PKW ist dabei nach rechts von der Autobahn abgekommen und unter einen auf einem Parkplatz abgestellten Sattelauflieger gefahren. Nach ersten Erkenntnissen war das Auto mit einer Person besetzt, die durch den Unfall tödlich verletzt wurde. Polizeiliche Ermittlungen zum genauen Unfallhergang und der Unfallursache laufen noch. Nach bisherigem Sachstand waren an dem Unfall keine weiteren Fahrzeuge beteiligt. Mehr dazu www.polizei.co und www.presse-echo.de Screenshots by Coit TV News, curated by Google und www.presse-echo.de